Ein paar Aussätze zu der heutigen Veranstaltung. Wie haben Sie es denn gefunden? Ja, super. Also erstens mal haben wir richtig Glück damit gehabt, dass das Wetter gut gepasst hat. Hier sind einige Leute da. Ich denke mal, die Leute haben auch Spaß gehabt, wir Fahrer haben Spaß gehabt. Und deswegen war es auf jeden Fall eine gelungene Veranstaltung.